Wir haben einfach hier in Miras wirklich ein Pilotprojekt gestartet, in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und auch mit dem Krankenhaus Costa del Sol, beziehungsweise mit dem Distrikt. Und wir wollen einfach eben in dem Moment unsere Badegäste, internationalen Badegäste und vor allen Dingen die Hellhäutigen aus dem Norden, dazu gehören natürlich nicht nur die Skandinavier, sondern auch die Deutschen, Franzosen und alle anderen, einfach darauf aufmerksam machen. Auch wenn die Sonne noch so schön ist, sie werden halt nichtsdestotrotz auch gefahren. Und dementsprechend sagen wir halt in diesem Sommer keinen Sonnenbrand in diesem Sommer und geben in dieser kleinen Broschüre ein paar Tipps darüber, eben in dem Moment, was man machen kann, um wirklich die Sonne zu genießen und sich nicht zu verbrennen. In diesem Sommer ohne Sonnenbrand und die Sonne genießen ohne Sonnenbrand.